Grüßt euch Leute. Heute sind wir im Nordgörisch am Markt. Den schauen wir uns jetzt mal an. Also der ist auch riesig groß. Schaut euch mal an, was da für Leute rumlaufen. Das können wir waschen, wie der Ötschi, der nimmt so an, wenn er Grillen tut. Ach so, ja. Aber das sind für die Hühner. Ja, das sind so Futterdinger. Ja, das ist ein Ding. Jetzt warten wir noch mal. Da kommen wir schon an mir. Ja, das ist ein Ding. Jetzt warten wir noch mal. Da kommen wir schon an mir. Ich möchte mal sagen, hier kriegt man alles, was das Herz begehrt, so wie es ausschaut. Das ist ein Ding, wo ich jetzt bin. Ja, genau. Das sind die Ding, die die Koffer sind. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Hallo. 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 Laute Süßigkeiten. Körbe, in allen Formen und Farben. Das ist der Saalatwahlsag. Ja, na, darf ich klopfen? Ja, genau. Schau dir das mal an. Ja, nee. Oderersatzteile. Traktoren, Antriebswellen. Socken. Küchenartikel. Schau mal, was da pro Behälter. Oder da, schau. Du hast noch mehr. Du hast auch kleinere. So, hier mal der Stand. Klamotten. Lieber Mann, die neueste Mode. Die neueste, ja. Die neueste Mode. Heil mich. Die Jackentors schauen gut aus, ne? Hier auch Unterhosen in allen Größen, Farben, Formen. So, mal hier Stand mit allem möglichen, mit kleinen Teilen. Ich sage ja, alles was der Satz begehrt, so, kriegt man da. So, hier mal wieder ein paar Altertümlichkeiten. So, hier mal wieder ein paar Altertümlichkeiten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Weinpressen. Da lang einfach mal da weiter. Können wir ja dann die Zwischengänge machen. Auch wieder, schau, da mal wieder Süßigkeiten. Oh, da ist auch Lakritz. Also zum dick werden gibt es hier genügend. Und dann schön werden. Genau. Und dann schön werden. Und dann schön werden, genau. Was ich, was ich, ja. Schau mal, da sind Teppiche und das. Oh ja. Da gehen wir mal rein. Weil meine Frau, die will sich so neue Bettvorleger kaufen. Schauen wir mal, ob wir was finden. Ja, ja, ja. Da haben wir zum Beispiel Vorhänge alles. Hals so. Oh. Ach so. Másik, másik. Hm, ja, ja. Vielleicht. Ich habe mich noch nie aus. Wie so tun, habe ich in der Halsstelle. Wolloset. Wolloset. Ich bin hierherst. Ja, ne? Ja, brauchen wir doch nicht. Ja, brauchen wir doch. Wir wollen aber auch nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Das ist einfach so heiß. So, hier mal. Hier mal wieder Ledersachen. Nö, die schrauben die noch nicht hin. Die schrauben doch, die stehen glaube ich auf der Schachtel. Die schrauben, die schrauben, die schrauben, die schrauben. Da bin ich. Ja, der schaut auch gut aus. Der schaut auch gut aus. Das ist ja alles. Und dann ist er ja ordentlich. Der kann ja noch nicht nennen. Na, der kann ja noch nennen. Was, das hat die denn? Das ist in den Zinsen. Das sind ja noch gut. Die sind ja gut, ganz in die Vanille. Schaut mal, Nudeln in sämtlichen Formen. Dann fängst du noch an, mit den Viechern zu reden, dann passt es schon. Ja, ja, bin schon da. Ich bin schon da. So schön, hier gibt es noch gar nichts. Nö, nö. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Seht ihr, Klamotten, massig, ne? Also hier ist schon einiges los, das ist schon Wahnsinn. Ja. 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 Da siehst du, sind wir in der Essensmeile. Da gibt es noch schief. Ja, da sind wir hier wie sie nicht. Ja, ja, das ist doch wichtig. Ja, das ist ja nicht so schön. Ja, das ist wirklich schön, wie viel ist das? Alright. Ja, der ist ja nicht so schön, wie viel ist es, wie viel ist es in uns? Entschuldigung? Das ist ein Lampes. Ja. So und mit dem Blick hier durch die Menschenmenge verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.